Mit der Weiterentwicklung der Vectorworks Cloud Services und der Vectorworks Nomad App bieten wir Ihnen einen optimierten Reality-Capture-Workflow durch die Integration der innovativen Technologien von Apple. Wir haben das Roomplan-Framework von Apple integriert, sodass Sie einen Raum schnell und einfach mit der Nomad App einscannen können, wenn Sie ein Gerät mit LiDAR-Sensor und dem neuesten iOS-Betriebssystem verwenden. Tippen Sie in der Nomad App auf Raumplan und bewegen Sie sich mit Ihrem iPhone oder iPad durch den Raum, um Oberflächen und Objekte zu scannen. Sie können den Scan in der Nomad App mit dem integrierten USD-Viewer betrachten oder als OBJ-Datei in Vectorworks importieren. Dank umfangreicher Upgrades der Funktion 3D-Modell aus Fotos sparen Sie viel Zeit bei der Erstellung von 3D-Modellen. Die neue Objekterfassung von Apple ist jetzt in die Vectorworks Cloud integriert. So schnell wird jetzt ein 3D-Modell erstellt. Tippen Sie in der Nomad App auf 3D-Modell aus Fotos und halten Sie zum Scannen die Kamerataste gedrückt. Die erzeugten BJ und USDZ-Dateien lassen sich in Nomad betrachten oder in Vectorworks importieren. Mit diesen beiden Funktionen erfassen Sie eine Umgebung oder ein Objekt als Grundlage für Ihre Projekte schneller und genauer als je zuvor. Wir von Vectorworks bauen auf modernste Technologien, die Ihnen in der Vectorworks Cloud und der Nomad App mehr Flexibilität, Effizienz und zuverlässigere Ergebnisse bieten. Vectorworks 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 Vectorworks